Unser Ziel ist es, dass die Leute sich hier sowohl wohlfühlen, als auch produktiv arbeiten können. Wir bieten dem Kunden wunderbare Arbeitsplätze, circa 30 hier im Haus, je nachdem, wie man sich auch engagiert. Wir haben sechs Tagungsräume, zwei davon sind Tagungs- oder Seminarwohnungen, also etwas ziemlich Besonderes. Also wir sind jetzt kein squeaky-cleaner Laden. Es geht nicht darum, in irgendwelche Magazine, Hochglanzmagazine aufgenommen zu werden, sondern letzten Endes entscheidet der Wohlfühlfaktor. Und wenn es um den Wohlfühlfaktor geht, dann geht es natürlich auch um die Kommunikationslösung. Das Telefon, das ich am Ohr habe, das soll nicht knistern, das soll nicht knacken und gerade bei uns, wir hatten siebenstückige Altbau mit ganz, ganz fetten Wänden und relativ herausfordernden Konstruktionen. Da muss halt so eine Kommunikationslösung auch klappen. Das war nicht immer so einfach, aber wir haben unseren Partnern da einiges abverlangt und wir haben das letztendlich ziemlich gut gemacht. Wir können jetzt überall telefonieren und es passt super. Wirecloud ist eine Cloud-Telefonanlage für Unternehmen. Wir verstehen uns aber nicht nur als Cloud-Telefonanlage, sondern eher als Kommunikationsplattform. Das heißt, durch offene Schnittstellen kann man uns in alle möglichen Drittanbieter-Software integrieren, wie zum Beispiel Salesforce oder Soho. Bei uns ist vor allem wichtig, durch Break and Drop eine intuitive Bedienung der Telefonanlage zu ermöglichen. Wir als Wirecloud hosten unsere Lösungen komplett in Deutschland in verschiedenen renundanten Rechenzentren. Und da war es uns auch wichtig, dass wir Hersteller der Endgeräte aus Deutschland nehmen, sodass wir dem Kunden Angebote Made in Germany anbieten. Neben diesen Aspekten ist uns auf jeden Fall auch der ökologische Aspekt wichtig, sodass unsere Rechenzentren komplett mit Ökostrom betrieben werden. Wirecloud kamen wir in der Angebotsphase auf uns zu, um bei der Projektierung zu unterstützen. Besonders mit unseren Desinfektionsmittelbeständigen Mobilteilen haben wir hier gepunktet. Eine weitere Herausforderung bei Wertheim ist die Gebäudebeschaffenheit. Ein Altbau mit dicken Betonwänden. Hier gibt es nur eine Lösung. Eine professionelle Deck-Ausleuchtung mit dem Gigaset Deck-Messkoffer. Aufgrund von Security-Auspekten und der Skalierbarkeit kommt hier die neue Deck-IP-Multizelle N870 zum Einsatz. Wir bei Gigaset setzen auf starke Technologie-Partnerschaften. Die Vermarktung der Professional-Produkte erfolgt ausschließlich über autorisierte Partner, um unseren Endkunden wie hier bei Wertheim maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. und dann zwölf für öff檢 Vielen Dank.